Thüringer Sagenbuch Erster Band von Ludwig Pechstein Elisabeths Prüfungen Die fromme Landgräfin Elisabeth von Thüringen war einer Tochter genesen, während ihr Gemahl sich auf dem Kreuzzuge befand, welches Kind den Namen Gertrud nach ihrer eigenen Mutter empfing. Da kam die Schreckenskunde vom Ableben des Landesherren nach Thüringen, und es blieb ihrer Schwiegermutter vorbehalten, ihr die Todesnachricht des Gemahles beizubringen, die Elisabeth mit dem tiefsten Schmerz empfing. Und dahin war nun alle ihr Trost auf Erden, und sie sagte es selbst, Tod, Tod, Tod ist mir nun die ganze Welt. Das furchtbar schwere Gewicht des Wortes Witwe drückte sie zu Boden. Der Brunnen ihres Lebensglücks war nun versiegt und wurde zum Wermutborne, der den Kelch ihres Leides fühlte. Das Landgrafenbruder Heinrich, Raspe zubenannt, hatte längst nicht ohne heimlichen Groll die übergroße Freigebigkeit Elisabeths wahrgenommen und sie laut wie im Stillen getadelt. Jetzt hielt er an der Zeit, gegen diese Verschwendung einzuschreiten, denn er war jetzt Thüringens Regent, da seines Bruders einziger Sohn noch unmündig war. Über die persönlichen Zerwürfnisse, welche vorhergingen, bevor es zum Äußersten gedieh, schweigt sowohl die Sage als auch die Geschichte. Es überhüllt dieselben ein tiefer Schleier. Aber das Äußerste geschah und war nichts Geringeres, als daß an einem Wintertage des Jahres 1227 auf 1228 die bisherige Herrin des Thüringer Landes, die Tochter eines Königes, die mildtätigste untadelhafteste Frau, die treueste Gattin, die zärtlichste Mutter ihrer Kinder samt diesen Kindern ihr hochprangendes Schloß verließ, herunter nach Eisenach wandelte und in dieser Stadt von allen Häusern, wo sie Obdach suchte, mit Härte, Strenge oder Furcht vor dem neuen Herrn abgewiesen, herumirren und endlich mit einem elenden Schoppen in der Rolle und da in der Nähe eines Schweinekofens Vorlieb nehmen mußte. Aber groß und herrlich in ihrer tiefsten Erniedrigung ging Elisabeth um Mitternacht in die Klosterkirche der Barfüßer Mönche und bat dieselben Entedeum anzustimmen, daß Gott sie als so heimsuche. Wie stolz war der Wirt zum Helle Grafenhofen einst gewesen, als sein Haus der Ehre gewürdigt ward, das Königskind von Ungarn aufzunehmen und zu übernachten, daß er jetzt dasselben Elisabeth verschloss. Auch erntete sie in vollem Maße den Dank, der einem unbegrenzten Wohltätigkeitstriebe zuteil wird. Keine Seele von all den Hungerern und Lungerern, faulenzern und bettelnden Tagedieben Eisenachs, wie sie vielleicht mit ihren Spenden einst verwöhnt, regte auch nur eine Hand für die herabgewürdigte Herrin und für den jungen Herrn, den geborenen rechtmäßigen Landgrafen von Thüringen. Elisabeth wandelte von der Rolle aus am Markte, beim Eingange in die Messerschmiedegasse über den Löbersbach, wo man über diesen kotigen Graben nur auf schmalen Schrittsteinen gelangen konnte. Da begegnete ihr ein altes, nichtswürdiges Bettelweib, dem die milde Almosenspenderin oft genug die Hände und den Mund gefüllt, das füg ihr nicht nur nicht aus, sondern stieß mit jauchzender Verruchtheit die Edne Fürstin von den Schrittsteinen herab in den Kot des Löberbaches, das sie hernach an ihren übelbeschmutzten Kleidern genug zu waschen hatte. Und sie trug das alles mit Lächeln und dankte Gott, daß er sie so demütigte. Sie sah auch den Heiland in einem himmlischen Gesichte, mitten im offenen Himmel, und er sprach zu ihr, »Wenn du bei mir sein willst, so will ich bei dir sein.« Davon ward sie wunderbar aufgerichtet.